Moin oder herzlich willkommen zurück zur weiteren Video auf meinem Kanal, heute spielen wir ein geiles Game mit Roblox, zusammen mit Alex. Hi. In dem Game haben wir vier Items, wir können uns damit verprügeln. That's about it. Hi. Jetzt hast du überlebt. Komm, bala. Oh, ich bin... Ja, schieß. Ja. Ah! Oh, still alive! Ich hab zu viel gespielt, glaub ich. Äh, 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 äh! Komm, schieß. Ja! Falling. Okay, mental bad. Ich hab die Abbaus, das kuhn. Au. Das hat erhört. Au. He's on there. Falling to the fun. Au, au. Loo. Au. Au. Oh, drop. Oh, nein. Hey, ja, 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 sowas ist nicht abgesprochen. Er geht hinter dir. die sonne goodbye welchen bist du gehören es ist die frage auf mit 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 ich will richtig fahren wo bist du jetzt geboren ich auch jetzt sind groß das werde ich wahrscheinlich raus Nein, ich brauche dich zuhören! Jagd mich! Jagd ihn! Au! 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 I'm alive! Hey, warum? Warum? Okay. Blocksburg. Blocksburg. Blocksburg! Ja! Oh, Mori. Ich will bitte aufhören im Spiel. Blocksburger! Ich will nicht sagen, was ich gerade gesehen habe, aber ich habe ihn leider nicht gesehen. Evo! Ey, das soll ja... ...weil ich immer wegfliege. Egal, sobald du hier haben. Ah, warte, du gehst, du schaffst, mein Freund. Oh nein, das soll ja... Lass auf endlich! Was ist passiert? Ich bin ins Menü gegangen. Oh, so. So, ich wollte mir eine neue Waffe holen. Ähm, weg mit dem Bomb Launcher, rein mit dem neuen. Ja... ...weil ein Problem. Oh, ich hab' das Wort. Gut, doch hier? Oh, man, ich hab' das Geholen. Oh, ja. Bombe Alter, wie weit bist du geflogen? Ne, ich bin nur komplett gerackt und dann in die Grube gefahren Ich hab dir die Bombe zurückgelassen Ja, und ich hab sie weggebossen Da bin ich hier Ich will, dass du nicht hier bist Ich weiß ja nicht, wo ich dich hingefallt habe, aber egal Impuls Bombe Mann Ich bin Poling Spiel mit dir Au Du kannst dich nicht zurückschlagen, weil es explodiert in deiner Fresse Bamm Aber es ist leider nicht so zu planen Auf Bamm 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 Das wirkt zum Absehen, Alter. Wie in Minecraft. Der erste kritische Protektor. Ey, Yahootor, hilf! Warum waren das zwei Brunnen, Leute? Ich bin der Erklärung. Ich weiß es nicht. Ich war hinter mir, ach so. Ah, ja. Versenkt. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann, wo gehst du überhaupt? Täter, die ich gerade im Rückenpfeffer da habe. Ich bin rückwärts sofort da gegangen. Und das war was. Wir ranchen vorrollen. Bis nicht, ron wir an. Wir können uns übernehmen. Das ist geil, das ist ein Portal gegangen. Du weißt ja. Ah, da war's doch. Viel schwerer. Da? Ja, das hat nicht funktioniert für euch. Ja, Alex. Ich habe ein Plan. Ah! Ah, das war's für den Untertitel. Ah. 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 Oh. Ah. I'm alive. Überrasch, dass du das nicht überlebt hast. Hey, das ist mir. Hi. Hi. Ich bin mal, du baulier komm. Ich hab dich am lieb. Ich geh baulen. Hey. Au. Au. Wow, der hat mich dreimal gehetet gefühlt. Du wohnst die Kugel. Denil ein Knot. Mach an meiner Pushkar, das hab ich verraten. Ich... nix nicht verraten. Das hab ich ja mal gesehen. Oha, ich hab's dort abgehört. Verlaut. Oh, f... Man hackt! Holding. Holding. Ich bin jetzt wirklich Boatling. Gut. Let's try. But it ends. Wow! Ich hab jetzt noch eine Form abgehört. But it ends. Now! Gut, Alter. Okay, bitte gib mir kurz vor, dann. Nee. Nein! Du fahr dich immer runter. Ich war doch nicht. Hm. the fuck... Ah ja, das war ein... Das wär ein... There you guys. Können wir einen..." ... mit der Todd-Bomber. Hey! Ihr kommt es raus, es ist immer wieder! Ich höre eine Bombe. Alter, du schlägst die runter wieder. Ich schläg sie runter. Ich schläg sie runter. Da war's klausch. Nimm mal Bollen. Ne Bomben. Nimm mal Bollen. Oho. 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 Ähm. Wieso? Ich bin traurig. Du helm ist an ihm. Im HiPro. Du Deil. Du Deil. Siehe,Confange mich zu verlassen. Euer tötet nicht. Eier. Ciao, ciao. Was hieß denn da, bitte? Scheiße auf, ich war hier. Ich liebe mein Leben. Das ist ein Skelett? Ja, wenn du die Grafsteine zerstörst, dann kommt Skelett mit ein Malabert. Ja, nice. Und die einen Astrosperm, also ich würde dann find's auch fast. Eiii, da sind die OP. Die Wolling. Ich hab' gesagt, ich hab' gesagt, du sollst aufpassen. Ich dachte, das würde Spaß machen. Ey, der Boden ist ja auch die Sport. Kein Boden für dich. Was war das denn? Oh Gott, nee. Ah, easy to kill, don't you? Ich würde mich schüttchen. Ich will doch durch die Skelette gehen. Ah! Ich hab' nicht so mobil gehetet. WTF? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. �� 6 8 falsch gerechnet das wollte ich nicht mehr gerechnet so dass ich sie von Aroma befinden kann ich wollte dass sie die Kugel trifft auch was auch gemalt 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 das heißt das ist wirklich ich will nur noch etwas zu tun ich will nur noch etwas zu tun ohne dich F*** gut gut Nop DIE ENOUGH auch und auch er hat alle gelegt wenn man das hier weg springt er kann man Das ist ein richtig geiler Bomber-Spot. Aua! Ah, guck auf, guck auf, guck auf, guck auf. Alter, ich wusste nicht, was du so bist. Nein! I mean, taktische Abdenkung. Taktische Attacke. Du bist dumm, halt. Mein Bomber macht ja gar nicht viel Schaden, aber... ...nordentlich noch bei Kaffee. Manns. Oh, wait, he's behind me. Nein! Nein! Oh, du bist zurück! Already? Ich habe noch nicht hier geschlossen. Der Turm ist auf deine F... ...gefallen. Ach komm, Bomber, wie hast du den nicht getroffen? Du hast es überlebt, aber. Überraschtest du dich, ich habe überlebt, aber. Ob du dich zurückzudrücken hast? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Und eigentlich kein Scanning, oh mein Caps, oh Gott, mein Caps, mein Caps, mein Caps. Oh! Zurück zum Abseiten. Zurück zum Abseiten. Ah! Nein! Ich bleibe noch ein Leitling. Das ist noch Schreck immer. Das ist immer, das, das muss immer noch Schreck sein. Das war, das ist zu OP, ey. Ein Arme baut, ein Diamond is going to ruin your castle now. For real. Ah, da waren die Personen. Ja, ciao. Ja, das ist der erste, das ist nicht mein Bobmer, man. Ja, das ist der erste, das ist der erste, das ist der erste. Nein! Nein! Hold'em. Ich weiß nicht, die Boots hier hat. Ja, das ist der erste, das ist der erste. Ich weiß nicht, die Boots hier hat. Ich weiß nicht, die Boots hier hat. Ja, das ist der erste, das ist der erste. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Das war's. Out. Oh shhh. Hello. Hi. Ahhhh, Lightning Energy. Das war's ja. Stop, stop. Ahhhh. Ahhhh. Wo bin ich denn jetzt? Und hier. Das ist eine Mitte. Hi. 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 Ich hab ihn gehofft! Nein! Oh, bleib, ich hab ihn gehofft. Ich hab ihn gehofft. Ich weiß, ich hab ihn gehofft. Ich hab ihn gehofft. Ich hab ihn gehofft, pal! Es ist Tear-Time! Das ist gar nicht so cool. Ich hab ihn gehofft! Sie wurden gehofft, das ist ein Problem. Allee, ich hab ihn gehofft. Das ist Wunsch von Zufall. Das ist Wunsch von Zufall. Und ich hab ihn gehofft! Das ist Wunsch von Zufall. Das ist Wunsch von Zufall. Das ist Wunsch von Zufall. Oh, das tut mir leid. Oh, das tut mir leid. Oh, f***. Oh, f***. Ich falle hier gerade auf. Hey. Na! Fingst dich, ich hoffte um zu campen. Höch. Geh sofort runter. Oh, ruchst du dir, du Idiot. Oh, f***. Oh, f***. Bro, mach selber das in Daunten. Hey! Oh! Oh! Ich spille hier rum mit ganz weiter. Rolling! Ich werde auch so weit kommen. Ich werde auch so weit kommen, you know? Oh! Du hast zuerst gestorben. Ich dachte gerade. Ich dachte. Oh, jetzt ist falsch vertreten. Oh, jetzt ist falsch vertreten. Wo bin ich? Oh, in Brasilien, bitte sehr. Ja. Wo ist der Typ? Keine Ahnung. Josh ist. Josh ist. Seine letzte Bombe. Keine Ahnung. Das ist... Das ist... ... ... ... ... ... ... Hox ... ... ... ... ... ... ... Der kriegt dich. Null, Jonne! Nein! Nein, Josh! Oh! Oh! Das Atombombe! Josh! Renn! Josh! Rein! Oh! Noch! Komm her! Komm her! Deine Fäuste bringen dir nichts! Ah, okay. Aber doch! Nein! 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 Die Zeit! Die Zeit! Die Zeit! Mensch! Die Zeit! Ich bin voll! Wut doch! Wut doch erwähnt! Wut doch erwähnt! Wut doch erwähnt! Oh, mein Gott! Das Vater hat mich gerettet! Ja! Du bist ein Arschbein. Fick dich. Dieser Klatsch wird richtig geil zu sehen, wenn du dieses Video auflädst. Kannst du nicht gefallen? Nee. Spielproblem. Spielern ist hier oben. Für dich. Wieso kommt die Bombe immer wieder hoch? Ja, wegen die Chellen rauszukommen. Ja, Tom. Stopp. Nein! Das meinst, George. Nicht der Aufzug. Hat meine Bombe nicht funktioniert? Komm schon, ich lebe noch. Nein! Mensch! Aber knapp, Alter. Kann nicht wahr sein. Ich werde dich verteilen und sterbe. Alex, ich bin wieder oben. Digga, das ist rigged. Das ist rigged, Alter. Barweiler. Ich habe perfekt hinweg geballert. Ich dachte, die Bombe kriegt mich nicht. Ich liebe Lockback-Granaten. Als ich meine Impulsbombe. Ich einlaffe Impulsbomben. Ja, da bist du. Uah! Ja! Wie, wie, wie hat die dich nicht gekauft? Home Run, Alter. Home Run! Home Run! Home Run! Home Run! Hissig, 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 Hissig! 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 Was, George? Ähh... Ich glaube, in der Mitte wieder. Keiner betrogen. Was, George! Wo geht diesen Zorbschienen noch? Ach, hier! Ok, Plan B! Plan B wird eingeleitet. Leit'n deine Traumherrwörung muss warten. Fick nicht. Leit'n deine Traumherrwörung muss erst was warten. Ui! Ja! Ich hab jemanden... ...dann so sch... ...dann... ...drecken Weg doch nicht... ...wiss doch nicht was hier war. Leit'n deine Traumherrwörung. Ja, da ist Leit'n... ...oh f***... ...dann so Leit'n... ...heja... ...ah, hallo... ...weil... 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 ...oh f***... ...oh f***... ...oh f***... ...I'm not dead... ...I'm still alive actually... ...ah, f*** dich... ...f*** dich... ...f*** dich in deinen behinderten Bomben. ... ...das war nicht geplant. Bitte f*** dich nicht. ...nein... ...geh weg... ...f*** dich... ...nein... 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 ... ...aufzug... ...bring mich irgendwo Gutes hin. ... ...nicht... ...nein... ...her... ...und... ...und... ...das ist super... ...ah, er hat nur... ...kühlt... ...hier... ...das ist schlimmer gespielt, halt... ...oßerdem hat's nur noch... ...Private-Zuhr... ...Hey Lightning... ...deine... ...letzte Tourmzone ist ges... ...Hey Lightning... ...deine... ...lässt... ...deine... ...lässt... ...deine... ...lässt... ...deine... ...lässt... Jetzt kommen beide zu mir Tschau Ja, also wenn man in der Luft ist, kann man noch auch einwand jumpen Ja Die Brombe geht natürlich in die andere Richtung, Alter Ich lieb immer neben Freizeit Richtig Wo ist sie hin geflogen? Da, es hat die Leerung Oh, okay Ich dachte, es wird Josh an, dass es eine Lampe, die wackelt Ja, das ist definitiv Oh, ich hatte eine Lampe gefunden zu dir Blocksburg, 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 Blocksburg Oh, nein Blocksburg, Blocksburg Oh, nein Ok, Blocksburg Blocksburg Ey, wir werden da mal eine Stundenfolge machen Ja, ich bin da jetzt stehen jetzt schon Prozent wo ist das wird an Katz-Stunden-Folge das wird dort Das ist nicht Bloxberg, Bro. Ja, das ist wirklich Auuuch Ja, ich hab den Huck aus meinem Elevator Ey Lightning Wir sind nicht so weit Oh, wir sind nicht so weit Oh, wir sind nicht so weit Ich hab den Huck Ich hab den Huck Ich hab den Huck Ich hab den Huck Alter, ich lebe doch Oh Scheiß Baubuch Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Au No, no, we Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Bye Excuse me We are close Oh mein Gott Oh mein Gott Hey Georg, ich hab den Huck Oh mein Oh mein Oh mein Ich hab den Huck Oh mein Gott Ich hab den Huck Dreh zum Huck Der Huck ist OP Du hast auch den gleichen Huck Nein Hey John, John, you don't want to go after. Oh, I am. We are closed. I said we are closed. Is it closed? No. I missed. So. What is that range? Oh. I don't want to go after this. Oh. I'm going to go after this. I'm going to get a bit of time. I'm going to go after this. I'm going to go after this. Oh. Oh. Yeah. Ja, homerun. Wow. Noo! Oh! Noo! Power back, Alex! Ich bin in der Watt! Noo! I thought you died! I was stuck in the wall! I thought you were dead! I... Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nein! Noo! Noo! I... Oh! Oh! Maybe not! Alright then! Oh my god! Oh no! No! Oh! Hello there! Oh no! Oh no! No, no! Maybe... I reconsent it! Uh... Snake attack! Oh! Oh! Maybe not! No, it's not! Gotcha! Um... Um... Now what's this supposed to be? Get down there! Nah! Um... That's a bomb! The bombs are not allowed here! I said bombs are not allowed here! The bombs are not allowed here! Maybe not! Maybe not! Maybe not! He's down there! Oh! He's up! He's up! Oh! Oh! No! The cats here! Cats here guys! Oh! Oh! I'm a surprise again! Oh man! I'm a surprise! Ow! Hey John, just go to the top! Oh! 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 Faddle! He's in the best! I shrop myself! I shrap myself! Oh! Oh! Oh, come on! I really... I literally just got ready with falling ball! Ah! He's immortal! You cannot die! Hey sir! Ah! We're close! We're close! Oh my god, no, no, they can't, no, 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 Josh, get off me, no, Josh, get off me, I don't know, no, chill out, oh, f**k, um, wait, wait, that's, guys, yes, how is he flying, I killed him, Watch out, Josh, it's going to set a surprise new to you, oh, shit, oh, shit, oh, god, do you see that, oh, I think, oh, I got the new, Josh runs, he has the new, Josh has the new, oh, oh, I ran, Uh, probably not, oh, it's chaotic, oh, doctor, f**k, stay there, stay there, I have 4hp, I mean, do you guys not see the invite button, like, you see chat, do you see, The invite button is on the table, not for me, Ah, my, my, in my thingies, right here, it's, it's literally here, connect, oh, is this what I'm saying, I can swear, wait, one minute, She, frick, Yes, it is, wait, can I swear, Even if we wouldn't see it, By the way, lightning, by the way, lightning's recording right now, lightning's recording right now, so, yeah, oh, yeah, sorry, oh, sorry, lightning, I didn't even know, my bad, my bad, my bad, I mean, I'm pretty, oh, Josh, Josh, come here Alex, yeah, he saw, oh, managers, He saw, I'm flying on the map, He's less ko! Ich hab ihn aus dem Map geballert. Der Ding ist so schnell! Ich hab ihn aus dem Map geballert. Der Ding ist so schnell! Hi Spike. Hey Josh, er hat eine Nuke. Er wird ihn jetzt launchen. Nein, nein, raus! Geh! Ich hab mich selber gekillt. Nein, nein, ist das eine Nuke? Geh in da! Hey Josh. Ich hab ihn aus dem Map geballert. Jetzt bin ich auch so schnell wie du bist. Oh, Tom ist wirklich OP. Oh, der Kat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin weg. Oh mein Gott. ja oh i lebt yeah got you rocket jump ok nope a daddy came after me god get out ha ha i fucking survived that my god oh wait you're back already yeah perfect i know i know just kidding perfectly balanced game perfectly balanced game a distraction and silence oh oh god is that the other um that that is a big bomb bro i oh 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 come here oh come here boy how about no oh oh i love for portion bombs uh no oh 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 i can blow myself up Ja, du kannst dich aufbauen. Das sind meine Bomben, Josh. Au. Das ist ein Dixier. Warte, ich habe nicht gesagt, dass Tom ein Feuer gegangen ist? Oh, du kannst dich aufbauen. Oh, du kannst dich aufbauen. Der Katz hat einen Polargun und wenn du ihn nicht schaffst, wird er aufbauen. Oh, nein. Oh, 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 ja? Das ist ein... No. Das ist das schwarze Polar, da kommen immer Worte raus. Ich wüsste mich so. Du, 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 du. Da kommen immer Worte raus. Au. 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 Du, du. Das ist nicht so schön, du kennst. Hey, ich will die Heel! Oh, wait, das blockst... Wait, das keeps dropping Bombs. Now I get it. Ah, ja, what? Und Nux. Na, das war Louis. Ja, okay, kommt jemand. Ich sehe ja nicht mal ein Portal. Ja, soll ich dir sagen, warum siehst du da in den schwarzen Block der Jobbomben? Ja, super. Wo kommen die Nux her? Ja, aber wie? Er hat ja... Er hat mich rumgegangen. Ja, aber der benutzt er ja nicht. Doch! Ich sehe ja kein Portal. Ist nicht da. Oh! Ah, dachte ich, kann ich nicht, das okay... Oh! also ich lasse euch mal da noch einen kampf haben allerdings meine beschreibung ist ein videos hinzufügen ich habe doch eine gute beschreibung das ding über dir trotten bomben das ding über dir trotten bomben louis dann war es ein rocket jump und so einen prusen Ich hab' den Bomben gesammelt. Ähm... Ach nee. Na, der geht. Hallo, wie geht's denn so? Du bist auch hier. Bitte, warum betürst du mich nicht? Ah ja, die Bombe hat das nicht kaputt gemacht. Ah, ich will nicht sterben. Nein. Das ist einfach ein Chillic. Lass mich raus. Gerno. Aber ohne zu töten. Ja, die Bomben, die Implosionsbomben bringen dich nicht um. Die bringen dich nicht um, die boosten nur. Und raus. Let's go. Oh. Ich bring' jetzt ins schwarze Portal rein. Oh, Deepmare. Rolling 2, Cloud Pass. Wie lange ist das Video jetzt schon? Will ich das wissen? Ich meine, du kannst es gerne beenden und dann können wir einfach so weiterspielen. Ah, ok. Leute, das war's mit dem Video, was euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was wir noch spielen sollen, vielleicht. Schreibt doch in die Kommentare, was ich dann bei meinem ersten Livestream machen soll, weil der kommt bald. Ich hab ja schon mal gesagt. Weil, ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja... Ich hab ja schon die Idee, einfach... Irgendwann schon einfach... So, ja, Lauter Runde fühlt sich so, Endgipoint, wie Silti, das Game, alles. Alles mögliche. Ja, der gibt's ja. Äh, dann hat noch einen Totakt. Ciao, ciao.